Bei Geiselnahmen kannst du nicht langsam und systematisch vorgehen. Sobald du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladungen gewähren dir einen kurzen taktischen Vorteil, um Feinde zu neutralisieren und die Geisel zu übernehmen. Gib der Geisel auf dem Weg zum Evakuierungspunkt Deckung und eliminiere jegliche Feinde. Geisel, viel Glück. Geisel lokalisiert. Zu ihrer Position gegeben und die Geisel sichern. Geisel, wieder raus. Geisel, wieder raus. Geh in Stellung! 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 Geh in Stellung!